Einen wunderschön Da bin ich mal wieder euer Odin und wir sind immer noch mittendrin Jetzt warten wir zum Erkunden Gucken wir was denn hier Leichen Aha, Begegnung Jetzt erkennt er, dass sie böse Wichte sind Du Schwein Ich bin dann hier so offen präsentiert Gehen wir mit dem hier rum Ja, mit dir Du bist tot Loser Oh Da neben Oh, Armerbeer hackt Oh 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 Okay. Run, der ist weg. Okay. Ich habe es wieder mit ihm. Okay. Okay. Geil, eine große Piste. Eine große Piste. Ah. Schon sind wir in einer Höhle. Oh, was ist denn das? Okay. Okay. So. Okay. 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 Oi. So, der ist tot. 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 da noch Ah, man kommt langsam ein bisschen drin. Man muss sehr strategisch denken und strategisch spielen. Macht echt Spaß. Die Ladezeiten hat mich so ein bisschen gestört, was ich jetzt nicht so toll finde. Oh. Oh, 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 oh. Was mache ich denn jetzt? Da steht ohne Ära. Ich würde dem da hin und schieße auf den. Okay. Okay. Oh, der hat hier sitzen. Ausweichen. Oh, den schneiden wir mal den Weg ab. Oh, da ist noch einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Ausweichen. Huh, Huh. Ow. Oh. Hör, hör, hör. ich habe mich nicht abgezielt mit seiner großen flinte als türm der auswiegend so ist da nicht wie viel hat die idee ist doch schon nichts mehr oh hier ist es ein Weg oh da hat er gar nicht mehr hier Oh, wo ist man denn da? Ah, nee, ich geh nicht, ich wüsste... Okay... Oh, ich geh nicht. Oh, ich geh nicht. Oh, shit, ich hab gedacht, ich schaff's durch. Ich hab's nicht durchgeschafft, shit. Also wenn Atomkraftzeichen ist, dann auf jeden Fall nicht durch. Das ist Highpool, auf dem Ranger Citadel. Ich wusste, dass Sie two-faced bästern waren, nicht zu halten. Diese damn Wreckers sind zu überrun uns, und Sie sind nicht woanders zu finden. Wenn Sie Cowboys nicht hier schnell kommen, Sie kommen über die Damme. Oh, oh. Okay. 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 Die Ladezeiten sind ein bisschen lang, aber... Würde ich auch sagen, hier mache ich jetzt nochmal einen Cut und dann sehen wir uns gleich im nächsten Part.